Hallo zusammen, ja ich bin endlich aufgewacht aus meinem Winterflaf, offiziell ist hiermit meine Winterpause beendet. Ja, eigentlich habe ich keine offizielle Winterpause gemacht, es war einfach wirklich die Feiertage und entweder waren die Kinder krank oder ihr hört es vielleicht auch noch ein bisschen, ich war krank oder ich war unterwegs. Wie auch immer, ich bin wieder da. Ich habe jetzt eine freie Viertelstunde, wer kleine macht ein Mittagsschläfchen und wie das immer so ist, ich kann ja immer nur dann was machen, wenn meine Kinder es zulassen und ich habe gerade ja eine ruhige Minute und habe soweit alles schon erledigt und deswegen kann ich jetzt ruhigen Gewissens ein Video für euch drehen. Und ich habe mir gedacht, wir starten mit etwas Erfreulichem und zwar möchte ich euch die Produkte zeigen, den ich, ich weiß nicht, teilweise schon seit Jahren, teilweise seit Wochen, ja, hantiere und mega begeistert bin. Also wirklich ein Best, Best of sozusagen. Wir fangen auch schon direkt an, ich habe alles hier in das kleine Tütchen reingepackt und wir fangen direkt an mit, 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 mit den größten Sachen und zwar sind das die Produkte von Zantropé. Angefixt, so sieht es aus, angefixt wurde ich damals von der Candy Johnson, eine aller, aller, allerersten YouTuberin, die ich überhaupt geguckt habe und ja, so ist zu der Anfangszeit YouTube, wo ich YouTube wirklich entdeckt habe, war die Candy so ziemlich die erste, ähm, die ich wirklich immer geschaut habe, alles geschaut habe, auch ihre, alle ihre alten Videos und ich habe unheimlich viel nachgekauft. Also alles, was ich irgendwie nachkaufen konnte von Mega, Puder, eben auch diesen Zantropé, Mousse Bronzer, ähm, Selbstbräuner, Bronzing Mousse und seitdem bin ich auch hängen geblieben bei dem Zantropé. Ich habe auch die günstigere Variante, das war ausprobiert, das tut mir so leid, vom, ähm, St. Moritz, glaube ich, ähm, das tut mir so leid. Ähm, allerdings, die Farbe und der Duft und die Haltbarkeit, es reicht, es kommt einfach nicht dran. Also es gibt einfach Originale, die, ja, die sind es einfach wert, dass man ein bisschen mehr ausgibt. Also zum einen ist das mega, mega ergiebig, das Zantropé Bronzing Mousse. Ich würde euch das gerne zeigen, also es ist einfach ein Selbstbräunungsschaum und, ähm, ja, der Duft ist halt mega angenehm. Ähm, und ich finde auch, im Vergleich zu den anderen Selbstbräunern riecht man danach nicht wie ein nasser Hund, wenn man es aufgetragen hat. Ähm, was ich dazu auch noch sagen kann, ähm, zu der Handhabung. Es ist so, dass man, ähm, ja, sich damit eincremen soll abends und, ähm, ja, morgens dann duschen soll für das perfekte Ergebnis. Also es ist kein, ähm, Du trägst es auf und, ähm, You're ready to go, sondern wirklich abends schön peelen vorher, wie man das natürlich machen sollte. Und, ähm, danach eincremen, hier schön mit dem Zantropé und danach morgens duschen. Und, ja, also ich finde auch, dass die Farbe von sämtlichen, ähm, Bräunern, die ich schon getestet habe, einfach am natürlichsten ist, weil es überhaupt nicht orange ist. Also, es ist fleckenfrei, es stinkt nicht und die Farbe ist auch am besten. Und wenn man mal gekleckst hat, also ich habe das Problem immer an den Ellbogen, in, weil meine Ellbogen relativ rau sind, also rauer als der restliche Körper von mir. Ähm, obwohl ich es vorher schon eincreme und auch aufpasse, kann es sein, dass, äh, die sich trotzdem dunkler färben. Und da gibt es ein Produkt von Zantropé, was ich dafür nehme, das ist nämlich ein Remover. Wenn man damit ein bisschen vorsichtiger umgeht, der ist auch nicht teuer. Ähm, wenn man damit ein bisschen um, vorsichtig umgeht und sich gleich wieder alles rum mitzuholen, dann kann man das sehr schön ausgleichen. Also gerade an so fiesen Stellen wie Knöchel, Knie, Ellbogen, ne, oder, ähm, Handinnenflächen, wenn man mal nicht aufgepasst hat. Ist das auf jeden Fall super mega geil, dass man halt so ein Produkt hat, um das Wetter ein bisschen, ja, zu neutralisieren. Weil das ist eben der Nachteil von Selbstbräunern, dass man, ähm, eben sehr viel Glück haben muss, dass, ja, das wirklich komplett am ganzen Körper ebenmäßig ist. Und gerade hier zwischen den Fingern oder an den Knöcheln oder irgendwo, da ist doch mal wieder eine Stelle, die, die einen verrät, ja. So eine verrätterische kleine Stelle, wo man sich fühlt, ach ja, das ist doch Selbstbräune, keine echte Bräune. Und dafür ist es eben mega genial. Ich hatte es vor einiger Zeit bei Instagram auch schon angekündigt, dass dieses mein, ähm, hoffentlich baldiger Miyakosa-Pick des Monats sein wird, weil die, ähm, Saint-Tropez-Produkte, ähm, ja, mich halt mega überzeugt haben. Und ich halt immer Sachen in meinen Miyakosa-Shop hole, die mir besonders gut gefallen. Und momentan ist es so, dass es die, ähm, in einem Happy Haul gibt. Ja, und dann geht es auch schon weiter mit Make-Up-Produkten. Da habe ich drei Sachen, manchmal vier Sachen, die ich liebe und immer und immer und immer und immer wieder benutze. Es geht jetzt hier um den Teint, ja. Zum einen den Buffer-Pinsel von Rebecca Flöter. Mit ohne den kann ich kein Make-Up mehr auftragen. Das ist jetzt diese, ähm, Limited Edition gewesen mit dem, ähm, Rosé-Gold und dem Türkis. Gab es, ähm, gibt es in mehreren Farbvarianten den Buffer. Und, ja, es ist der einzige Pinsel, mit dem ich Make-Up auftrage. Oder, ähm, ja, es gibt keine Alternative. Also entweder nehme ich die Finger oder den Buffer-Pinsel. Ähm, an Make-Up-Produkten habe ich zwei. Also entweder, wenn meine Haut gut ist, also wirklich gut, und es ist Sommer und ich brauche nicht viel mega Deckkraft. Und im Sommer lohnt es sich ja meistens sowieso nicht, gerade großartig Make-Up zu benutzen. Dann gebe ich die Dior Skin Nude BB Cream, die wirklich ein wirklich tolles Hautbild macht. Lange hält. Ähm, ich habe ja schon diverse Reviews zu dem Produkt gemacht. Ich finde, sie ist mit die beste High-End BB Cream, die ich ausprobiert habe. Und dabei bleibe ich auch, ähm, ich habe noch nichts anderes Vergleichbares gefunden, was wirklich diesen tollen Effekt auf der Haut hat. Ja, dann... Oh Gott, es tut mir so leid, dass ich euch eins vorhuste. Und zwar, ähm, wenn meine Haut mal wieder rumzickt und ich diverse Unreinheiten und Pickel und Rötungen habe, und ich brauche einfach mehr Deckkraft, dann gebe ich von Manhattan Clear Face das Perfect Matte Make-Up. Das sogar tatsächlich noch, ähm, ja, ein Wirkstoff drin hat, der gegen Pickel und Unreinheiten kämpft, was natürlich sehr gut ist. Außerdem deckt es wirklich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt hier die Farbe 75 Beige. Und, äh, ja, die ist extra für, äh, Mischhaut und fettige Haut. Und ich finde auch, dass sie, ähm, ja, genau das auch tut. Also sie mattiert relativ lange und gut. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit diesen beiden Produkten. Ein Concealer, den ich jetzt bereits seit 14 Jahren benutze, also länger als manche Abonnentin alt ist, ähm, ist von MAC und NC20 der Studio Finish Concealer in diesem kleinen Pöttchen. Ich mag auch gerne in dem kleinen, ähm, Glastiegelchen, ähm, den Pro Longwear Concealer, aber dennoch, ich komme immer wieder auf diesen zurück. Also die Deckkraft und Halbbarkeit ist einfach unschlagbar. Und, ähm, egal welchen Concealer ich ausprobiert habe in der Drogerie, es kommt einfach keiner an den dran. Also ich habe wirklich alle Marken durch und, ähm, sämtliche Concealer-Arten jetzt durch. Aber ich brauche wirklich als Mutter mit verdammt wenig Schlaf, brauche ich für meine Augenringe ein bisschen mehr Wumms und ein bisschen mehr Deckkraft. Und weil ich unter den Augen allerdings eher zu trockener Haut neige, ist die einfach für mich ideal, weil sie nicht so austrocknet ist und ein bisschen eine cremige Konsistenz hat. Also, wenn ihr dieselben Probleme habt, dann investiert es. Es ist ewig, also man kommt ewig lange damit aus. Ich weiß nicht, wie viele Monate ich das habe. Also wirklich lange. Ich habe mir das letztes Jahr irgendwann gekauft. Ich meine Mitte des Jahres, Anfang des Jahres. Also man kommt wirklich mega lange damit aus, weil es so eine hohe Deckkraft hat. Ähm, ja, was gibt es noch, was ich nicht mehr missen kann? Also ewig benutze ich auch schon dieses Rouge. Und ich zeige es euch immer und immer wieder. Und deswegen gehört es definitiv in meine beste Ever 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 Reihe hier mit rein. Und zwar von Sleek das Blush in der Farbe Sunrise. Ich weiß, ich könnte es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Aber es ist für mich das schönste Rouge aller Zeiten, weil es, ich habe es heute wieder drauf, weil es einfach zu sämtlichen Make-ups passt, zu sämtlichen Looks passt. Und ich mag einfach die Farbe unheimlich gerne. Sie passt auch zu ganz, ganz vielen Hauttypen. Und sie hat auch so ein bisschen schönen Glow. Und ja, es ist nicht pink, es ist nicht rosa, sondern es hat so eine schöne, natürliche Farbe. Und ja, deswegen, ich liebe es einfach. Also wenn ihr es noch nicht habt, dann schaut es euch definitiv irgendwann mal an. Und so teuer sind sie ja jetzt nun auch wieder nicht. Bleiben wir direkt bei Sleek. Eine Palette, die sieht ein bisschen abgemudelt aus. Ja, aber so ist es. Sie ist halt meine aller Lieblingspalette. Wenn ich mich entscheiden müsste, für eine meiner Sleek-Paletten, ich habe 12, 14 Stück irgendwie, wenn ich mich entscheiden müsste, für eine wäre es auf jeden Fall diese. Und zwar aus der Nude Collection, die Eau Naturel. Und ja, ich versuche euch das mal zu zeigen. Ja, die Farben sind einfach benutzt. Ich warbe sie schon lange und ich benutze sie fast jeden Tag. Und letztes Mal, als ich in Berlin war, da habe ich tatsächlich zu Hause meine Schminktasche vergessen. Ich hatte kaum was bei. Ich hatte aber ein paar diverse Sachen in meinem Kulturtaschchen, in meinem Koffer. Und unter anderem die Palette. Und in meiner Handtasche war noch der Concealer und eine Mascara. Das war alles, was ich bei hatte. Und ich habe es trotzdem geschafft, mit dieser Palette mich irgendwie komplett zu schminken. Einen Lippenstift habe ich irgendwie auch noch gefunden. Also das hat alles wunderbar funktioniert. Ich kam da mit meinen Lidschatten, meine Augenbrauen machen. Ich konnte da mit meinem Gesicht irgendwie konturieren. Ich hatte kein Puder, bei gar nichts. Ich habe einfach die hellste Farbe genommen und einen etwas flauschigeren Pitzel und dann wirklich nur so punktuell mich abgepudert, irgendwie so die ganz kritischen Stellen. Und das ging auch irgendwie alles. Es sind schimmernde oder matte Farben. Also es sind vier schimmernde Farben und der Rest ist matt. Und heute habe ich mich auch wieder damit geschminkt. Also ich liebe sie einfach, weil sie so ein Multitalent ist. Außerdem, ja mit der richtigen Base, wenn du eine richtig gute Augenbase hast, die halten und halten und halten und die verblassen auch nicht die Farben. Also ich bin rundauf begeistert von dieser Palette. Dann halte durch. Wir sind weitere soweit fertig. Dann, ja, wo wir schon beim Thema Augen und Base sind, etwas, das ich auch schon seit, ich weiß nicht, zig Jahren immer wieder benutze, ist der NYX Jumbo Eye Pencil in der Farbe Milk. Ihr habt ihn wahrscheinlich schon hunderttausend Trillionen mal in irgendwelchen Videos gesehen. Auch heute habe ich ihn wieder benutzt. Er gehört einfach, ja in mein, mal, äh, blablabla, er gehört einfach in meine Must-Have-Tüte hier mit rein. Es ist eins der besten Produkte ever, ever, ever. Ich benutze es eben als Eyeshadow Base und bei mir verrutscht, verschmiert da überhaupt nichts mehr, wenn ich das benutze. Und außerdem lässt es, weil es eben weiß ist, natürlich eine weiße Grundlage, die egal welche Lidschattenfarbe, noch mehr, ja, rausstechen, ist noch intensiver, als es ohnehin mit einer Base schon ist. Also definitiv einen Daumen hoch dafür und, ja, so schwer sind sie jetzt ja auch nicht mehr zu kriegen. Er hat ein Produkt, das ich euch schon hunderttausend Mal in einem Video zeigen wollte. Ich habe es bei Instagram und überall schon tausend Trillionen Mal, ähm, erwähnt und gezeigt. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich wollte ihm eigentlich einen, ähm, ein extra Video gönnen, aber sei es drum. Es kommt jetzt hier einfach in meine beste, beste, beste Reihe. Und zwar von P2, der Glow-Up Highlighter Eyes & Cheeks in der Farbe High Glam, Gleam, High Gleam, 0,30. So sieht er aus. Es ist ein relativ kleines Pöttchen. Ich glaube, deswegen, ähm, übersehen den auch viele in dem Aufsteller, was sehr, sehr schade ist. Es ist wirklich ein, guckt im Vergleich zum anderen Hand, es ist wirklich ein klitzekleines Pöttchen. Es ist nicht so ein großes Ding, wie man es sonst gewöhnt. Es ist wirklich ein klitzekleines Ding. Es gibt es in drei verschiedenen Varianten. Einmal mit diesem Rosa, dann in so einem silberigen Stich, also so weiß, ne, oder, ähm, eher so Golden Glow. Und ich habe jetzt halt den. Und, ja, ich trage den jeden Tag. So sieht der aus. Ich hoffe, man kann das irgendwie erkennen. Ich habe übrigens eine neue Kamera, falls es euch auffällt. Und, ja, ich liebe den. Ich habe den hier auch immer drauf, auf meinen Wangenknochen. Und ich liebe ihn, liebe ihn, liebe ihn. Ihr könnt natürlich auch, was weiß ich, wie viel Kohle raushauen für einen Highlighter. Müsste aber nicht. Wenn ihr wirklich einen tollen Highlighter sucht, dann schaut euch den an von P2. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. So, dann ein Produkt. Ja, ihr wisst, es ist nicht ein Mega-Eyeliner-Fan. Wenn ich, ähm, ja, hab eigentlich, wenn ich ein richtig, wenn ich ein richtiges Augen-Make-up trage, auch immer einen Lidstrich. Und diesen Tipp habe ich einmal von, ähm, der vorstationäre, leider lieben Mara, in einem Video gesehen. Und zwar hat sie diesen Eyeliner, diesen Liquid-Eyeliner vorgestellt, von Essence in Waterproof. So sieht der aus. Wie so eine kleine Rakete hier. Relativ klein. Kostet irgendwie 2 Euro irgendwas. Und hat so ein, ähm, weil das ist ja auch immer wichtig für euch zu wissen, was für ein Applikator das hat. So ein Spamm-Applikator-Ding. Aber man kann damit doch relativ gut arbeiten. Präzise. Der verschmiert nicht. Der hält wirklich super lange. Es ist jetzt, ähm, aber auch nicht so tricky, den wieder abzuschminken. Manche sind da ja doch echt ganz schön zickig. Ist der trotzdem nicht. Man kann den wirklich gut wieder entfernen. Und schöne Lidstriche ziehen. Und der hält lange. Also für mich einer der besten Eyeliner, definitiv aus der Druckerie. Der, ähm, super ergiebig ist. Sehr lange hält. Und für den Preis wirklich unschlagbar. Der trocknet wirklich schön matt. Da gibt es überhaupt nichts, irgendwie was zu mängeln. Deswegen ist der definitiv eins meiner absoluten Lieblingsprodukte, was ich auch immer wieder nachkaufen werde. Jo, und da sind wir auch schon beim letzten. Und zwar ein Lippenstift, den ich auch, glaube ich, 14 Jahre immer und immer wieder nachkaufe. Es ist von MAC. Der, äh, Lippenstift ist eine Nude-Farbe, die ich auch heute drauf habe. Und zwar in der Farbe Hue. Er ist mir leider vor kurzem runtergefallen. Und ich wollte ihn auftragen. Er ist auch nicht mal wirklich viel drin. Und dann ist er mir auf die Fliese drauf gedutscht. Deswegen sieht er nicht mehr so schön aus. Ähm, ich swatch ihn euch einmal hier. Ich trage ihn aber auch gerne nochmal auf. Ähm, der hat einen Glaze-Finish. Ähm, ich mag den unheimlich gerne. Für mich ist das die perfekte, ähm, Nude-Farbe, weil er nicht so tot aussieht. Er hat auch noch ein bisschen Rosa drin, also ein bisschen Leberwurstfarben. Ich meine, ich habe ihn auch euch schon 50.000 Mal gezeigt. Aber es sind ja da doch immer wieder ein paar neue Leute dabei, die, ähm, mich jetzt noch nicht so lange kennen. Und deswegen fand ich das mir ganz gut, so ein kleines Best aufzumachen. Also wenn ihr auf der, ähm, Suche sagt, ähm, wirklich schönen Nude-Ton seid, der nicht so, ähm, ausdrückend auf den Lippen ist, ähm, dann kann ich euch den empfehlen. Manche von, ähm, von Mac, die sind ja doch relativ matt und dann eben relativ fies und trocken auf den Lippen. Hat der jetzt überhaupt nicht. Ähm, der ist schön cremig und hat so ein ganz kleines bisschen auch Glanz. Und deswegen definitiv. Ein absolutes Nude-Must-Have für mich. Und, ähm, ja, das war's auch schon. Das sind alle meine allerliebsten Produkte ever, 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 die ich immer wieder nachkaufen werde. Und, ähm, ja. Ich hoffe, das eine oder andere, ähm, hat euch gefallen. Ach so, wie findet ihr eigentlich meine neue Haarfarbe? Ähm, es war mal wieder Zeit für Veränderungen. Und ich stehe einfach mega zur Zeit auf diesem Kupferton und habe mich dann jetzt endlich getraut. und danke Great Great Langs, die ich... Was mache ich ja eigentlich nicht, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also normalerweise ist es wirklich so, dass die Firmen mich anschreiben und, ähm, ja, mich fragen, ob ich was testen möchte oder ob ich irgendwie, ne, eine Kooperation möchte. Und diesmal war es wirklich so, dass, dass ich eben begniet habe, mir doch nochmal, ähm, ja, eine Haarverlängerung zukommen zu lassen, weil ich wirklich so mega begeistert davon war. Ähm, die im... Ich hab die bis Dezember von... Von Juli bis Dezember hatte ich die drin und ich war so... Ich fühlte mich so unwohl und so ganz, ganz fies irgendwie, obwohl ich, ähm, dachte so, ach, komm, wenn das raus ist, naja, dann ist es halt raus. Aber dann hab ich doch nochmal gefragt, komm, kannst du ja mal... Fragen kostet ja nichts, ne? Also man kann ja mal fragen und wenn die gesagt hätten, nein, dann hätte ich es mir halt selber angespart und bezahlt. Aber so ist es natürlich nochmal extra geil. Also vielen Dank nochmal an Great Langs dafür. Ähm, wenn ihr möchtet, ähm, ich habe auch ein bisschen was dazu gefilmt. Natürlich. Ähm, wenn ihr möchtet, mach ich dazu nochmal ein extra Video, weil doch einige immer wieder gefragt haben, wie meine Erfahrungen denn jetzt waren, wie ich die Pflege, ähm, was ich beachtet habe, ähm, dies und das. Also es gibt auch ein bisschen, worauf man achten muss, von der Pflege bis zum Kämmen, bis zum Stylen, ähm, dass man auch wirklich ein langes, ähm, lange ein schönes Ergebnis hat. Also wenn euch das interessiert, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann werde ich das auch für euch filmen. Und, ähm, ja, ansonsten bin ich jetzt in ein paar Tagen, in wenigen Tagen, ähm, sozusagen übermorgen, wieder in Berlin, bei der Berlinale, wo ich mega aufgeregt bin, einfach nur, weil ich gar nicht weiß, was, äh, mich da erwarten wird. Und da freue ich mich auch schon sehr, 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 sehr. Und, äh, da werde ich euch natürlich wieder mitnehmen. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns definitiv im nächsten Video wieder. Ja, ähm, ihr entscheidet, was das Thema sein wird. Wird es die Berlinale sein? Also das Follow-me-around? Und, ähm, oder wird es das Video über die Extension sein? Oder wollt ihr lieber mal ein Tutorial sehen? Ich wäre auch, ähm, scharf drauf, euch mal wieder ein Tutorial zu schminken. Also, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ja, ansonsten wünsche ich euch ein wundervolles, fabelhaftes Wochenende. Ich hoffe, wir haben alle Glück mit dem Wetter. Und, ja, dann sehen wir uns, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das ist total komisch. Ich habe jetzt nämlich kein Display bei meiner Kamera. Also ich kann mich nicht mehr selber sehen. Das ist komisch. Okay. Also, wenn mein Kopf abgeschnitten ist oder ihr habt mich die ganze Zeit nur halb gesehen, dann verzeiht mir. Ich muss ein wenig noch üben mit dieser Kamera. Okay, also bis dann. Tschüss. Tschüss.